Max ist inzwischen aufgestanden vom Boden, deshalb haben wir einen, oh guck mal einen an. Ich habe einen weiteren SMS bekommen. Okay, diesmal habe ich tatsächlich so, oh Gott, geantwortet und habe mich scheinbar mit ihm verabredet. Okay, also mit Varim bin ich jetzt verabredet. Ich soll was mitbringen, so. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, press tap to open your journal, machen wir mal. Und ich soll eben hier in meinen Room gehen, also in mein Zimmer und einen Flash drive holen. Da fliegt schon eine kleine Drohne rum. Die Frage ist jetzt nur, wo könnte mein Zimmer sein? Lass uns mal auf die Schilder gucken, Swimming, Pool und Parking. Äh, okay. Athletic Field, Main Building. Oh, ich denke mal, wir gehen in die Richtung, gucken wir uns hier mal um. Er fliegt mit seiner kleinen Drohne rum. Äh, ich habe keine Ahnung, ich muss raten, aber ich kann ja zurückspulen, um ihm die richtige Antwort zu geben. Äh, Steve McCurry? Äh, ich kann ja zurückdrehen die Uhrzeit, ne? Also, Evans Portfolio sieht immer so uber-pro. Hey, Evan. Also, er wird da gerne reingucken. Und er stellt mir die selbe Frage nochmal. Der obere war es nicht. Probieren wir es halt mal hier, ne? Muss halt mal hier, ne? Well, sie waren beide berühmte warfotografische Bilder. Aber, du solltest die Unterschiede wissen. Gut. Falsch. Falsch. Okay, wieder falsch. Hey, Evan. Den Teil kennen wir schon. Und diesmal bin ich sicher. Ja, Robert Ross. Oh, mein. Du kannst gar nicht die Unterschiede zwischen Street-Photografie und Fotosjournalismus sagen. No portfolio peak for you. Ja, dann war es eben der Letzte, ne? Es ist Murphy. Immer ist es der Letzte. Hey, Evan. Den Teil kennen wir schon. Und natürlich war es Robert Capa. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My, my. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Also darf ich da reingucken, wunderbar. Dann lass doch mal reingucken. Ich bin halt neugierig, ne? Guck mal, er macht Fotos von einer Rachel. Und von Abstract Landscapes, also von besonderen Plätzen, ne? Hübsch. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Was ist das hier? Ein Graffiti ist hier auch. Was ich im Vortex Club cool finde, ist, dass... Ja. Da so ein bisschen drin ist, dass ich nicht die Zeit zurückspulen kann. Zachary pushed him into a locker last week. Go Bullies. Hm. Okay, also dann schauen wir mal. Dann gehen wir da mal rüber und gucken uns hier um. Hier gibt's also viele, viele Ladebildschirme, aber das macht ja nix. Guck im Hintergrund, die etwas laut aufgedreht wurde, würde ich sagen. Umfz, umfz, umfz. Ah, deswegen bin ich hier. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Der Prescott Dormitory? Good Lord, Nathans Familie owns my dorm? Na, ganz toll. Da hinten am Hatterpfal ist immer cool. Ich muss, sorry, aber ich muss da mal kurz hin. Das war das Totem. Warum darf ich da nicht hin? Look. Lauren told me that totem is named Tabanga for a reason nobody knows. Super. Aber Baron weiß sowas, ne? Awesome. Sitzen mir die eigentlich jetzt im Weg hier, oder? Wahrscheinlich sitzen sie mir im Weg, also versuche ich mal durchzukommen, ne? Und, äh, ja, ich guck mal kurz nach, wie speichert man hier eigentlich? Gibt es nur Autosave, oder kann ich auch selber irgendwie speichern? Dadadam. Spontan würde ich sagen, scheinbar kann ich nur, äh, muss ich mich auf das Auto speichern verlassen. Oh, schau, es ist Max Caulfield, das Selfie-Hole von Blackwell. Ja! Die Lame Gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif-hipster bullshit. The Daguerrean Processor. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Hahaha. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, wait. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh, yes, Victoria. I'll get your boney ass out of my way. Hmm. Okay. This is right. This is right. This is right. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. Ah, cool. So, mit Regenbogenand-Deutungen hier. Also, ich muss sie aus dem Weg kriegen. Das kann ich hier hinten auch rein. Oh, das Team ist offen. Was haben wir denn hier so? Was ist das? Also ich kann hier die Sprinkler-Eine rausschalten, okay. Ach, und er hängt da oben das Ding hin. Ja, dann würde ich doch sagen. Klar. Looks easy enough, ich kann aber nicht. Aber jetzt kann ich. Okay. Oder auch nicht. Jetzt kann ich Jus machen. Ich glaube, ich spule nochmal zurück. Aber ich finde das gerade lustig. Und ich habe eine ganz, ganz fiese, gemeine Idee. So, der Typ ist wieder da. Interessanterweise stehe ich jetzt hier. Ich warte jetzt also mal kurz, bis er wieder geht. Und weitermalt. Und dann drehen wir da nochmal auf. In der Hoffnung, dass dieser Eimer, den er da oben aufhängt, auch noch seine Auswirkungen hat. Geh hoch, Samuel. Was bin ich fies, wa? Gucken, ob das klappt. Boah, der dauert. Also schnell ist er nicht, der Typ. So, jetzt hat er ihn hingehängt. Direkt über die Mädels. Und ich. Ups, Mist. Bin auf die falsche Taste gekommen. Huh, Böller. Ja, hoffe mal. Jetzt muss ich mir den leider nochmal angucken. Ich habe nicht aufgepasst. Einmal die falsche Taste erwischt. Nämlich Steuerung zum Zurückspulen. Und wir müssen uns das nochmal angucken. Hm, da hängt das da also da hoch. Und tut streichig. Boah, bist du lahm, ey. Kletter diese Leiter hoch, das ist nicht schwer, das ist nicht schwer. Und bald hast du es geschafft, du Knirsch. Dann kletterst du nicht mehr. Nimm mal mehr. So, look. Ja, würde ich jetzt gerne. Hm. Aber scheinbar darf ich jetzt hier nicht, während er da oben steht. Das ist ja dann echt schade. Ich hätte jetzt echt Bock gehabt, das so richtig gemein. Aber, ja, jetzt habe ich hier keine... Ah. Ich muss mich etwas missen. Ich muss mich wieder wenden. Hm, okay. Hm, geht also so nicht. Schade. Hm, geht also so nicht, schade. Ich könnte ja auch warten, bis er auf der Leiter ist, wenn er dann nass wird. Vielleicht schmeißt das dann noch alles auf sie. Vielleicht klettert er deswegen so langsam, dass ich die Zeit dafür habe. So. Uhuhu. Waterpump. Bää. Awesome. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah. Water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit cost? You look great. I can't even chill on the steps. Schade. Also man kann leider, leider nicht noch dafür sorgen, dass sie Farbe abkriegt. Weil er ist einfach geklettert. None shall pass. Okay, sie will also mich immer noch nicht vorbeilassen. Inzwischen hängt der Eimer da oben. Hm. Was passiert eigentlich, wenn die hier schlecht werfen? Den kann ich nicht ansprechen. Den auch nicht. Den kann es also nicht. Okay. Alright, she owes me money. Pay up, bitch. Ja, oder ich muss es doch machen, weil ich kann nur spüren, wenn ich bis zu dieser einen Stelle zurück spüren. Und kann dann wieder warten, bis er das Ding da aufhängt. Oder weiter oben ist. Ja, aber jetzt ist es hier schon wieder weg. Was ist das Ding da schon? Was ist das Ding da schon? Ich habe jetzt irgendwas noch mit dem Henkel gemacht. Oh. 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 Oh, ich vermis nicht. Oh. Also muss man da. So move your ass before I drive it worked don't mess with Max bitches bitches oh man she looks so sad and lonely sitting there alone hey Victoria what do you want Max don't don't say a word Max oh wait hold that pose and no filter needed before I post this now please move I've had a messed up day and I'm going to my room you do that I know where you live so does Nathan maybe I shouldn't have done that now I have to get to my room then see more yeah sie war fies zu mir ich lass das mal so mal gucken was da noch passiert und ob mir das irgendwann auf die füße fällt room 217 no way in hell am I ever going in here Victoria is going to be pissed we took so long Taylor's a slave is this a vortex club or a Victoria club initiation truly pathetic no voice allowed Juliet Juliet extreme reporter Dane is still a cheerleader at heart noch ein Feierdarmt toll toll warum liegt das hier rum looks like nobody won this TP war there's nothing left but ghosts okay showers open ja das ist ja echt qualitativ sehr hochwertig wo man hier wohnt okay this is just mean and stupid will bang for Jesus peace oh Victoria give me a fucking break ich bin in der neugier was hier sonst so steht oh Gott Warren should be all overbrook they're perfect for each other ja dann bei mir steht also nix vielleicht habe ich doch was zu sagen mal gucken was man schreiben könnte ja dann gehe ich mal in mein Zimmer Teddy mit nur noch einem Auge eine Gitarre das erklärt warum ich keine Gitarre home sweet home my favorite cocoon ein Computer Kekse ja Kekse gefunden Kekse 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 I love that mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday Ann slipped in a 200 dollar gift certificate she sure knows how to make a sad birthday happy Kekse Kekse und ich habe eine SMS von meiner Mann bekommen wo man gerade über sie redet ne also Principal hat uns nicht geglaubt und wir kriegen deswegen bestimmt noch Ärger na ganz toll oh das Bild ist doch cool hier geworden na hmm it's not exactly pretty in pink but no shits are given I like my wardrobe it's hard to believe I'm 18 now I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood happy birthday to Spass especially mom and dad echt kannst du Gitarre spielen? zeig mal her Max auch wenn jemand auf uns wartet ist doch scheißegal Klampfe die träumt direkt weg ach und da sind die vielen Fotos gleich mal mal hingucken go Thunderbirds go Thunderbirds go oh okay oh das wird Konsequenzen haben ist ja interessant if I'm not looking through a viewfinder I'm looking through a window always looking one day I'll organize my film collection one day I'll get an actual HDTV Warren even left me a little message with his flash drive he's such a goofball mirror mirror on the wall hard to believe I'm 18 do I look any older? just more stressed well wahrscheinlich ein Foto vom ah das ist bestimmt das Foto schlechthin turn off oh ahoy Captain at least I know you've got my back when I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER I knew we were bonded forever it feels so nice to just relax this day has been so damn bizarre and it feels like it has gone on forever maybe I'll just wake up now and find out I was dreaming all of this or like Poe said a dream within a dream so what do we have here? the photos? the Max Caulfield photo memorial wall yes she has a lot of photos Max and Chloe best friends forever who even says that anymore I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say the longer I wait the worse it'll be idiot art books Cartier-Bresson do I know? Hamilton the greatest that's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle that was a good hockey game and a great fight ice hockey is schon sehr cool man Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont troll here's my go-to source for instant photo inspiration Philip Lorca de Korsha my man I don't think I could take my camera to those places look at that shot I love Julia Cameron's Victorian vibe talk about analog cameras ah Dolly what a fantastic eye he could truly freeze time you can't do that but your game is also not bad right if your photo is not made so you may do that again ta da sticky note sticky note looks like Dana left me a little post-it note oh oh that's the we need xo xo Das ist gut. Jetzt muss ich die Flashtriebe von Dana zu holen. Ich sehe so schrecklich. Ich bin so schrecklich zu diesem Ort. Look at diese Vintage-Beauties. Lauren macht mich schreit. Es ist schön, dass ich hier schon ein ganzes Freund habe. Wir haben die Pflanze gegossen. Oh, da liegt noch. Was ist denn das? Instant Film ist so hart zu finden und sehr günstig. Aber ich kann es nicht helfen. Ich bin analog, nicht digital. Ich bin froh, dass Kate mir ihre Kopie von der Oktober-Kontrolle hat. Ich hoffe, ich habe da noch genug von. Bye-bye. Ich lasse die Mucke einfach mal noch hier raus. So, ich habe hier gemalt. Ja, zu Dana wollte ich ja eh. Das ist toll. Ach, Juliet. Hey, Juliet. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh, ja, Max. Ich habe Dana in die Runde, weil wir cool sind. Was hat sie gemacht? Was hat sie gemacht? Was hat sie nicht gemacht? Dana hat sich mit meinem Freund. Outsch. Wie hat sie herausgefunden? Uh, warum wirst du mich interessiert? Warum wirst du mich selbst fragen? Warum wirst du mich selbst fragen? Du wirst nicht immer sprechen. Nur wirst du mit deinem Kamera. Das ist warum ich jetzt mit dir spreche. Was ist mein letzter Name? Uh, keine Ahnung. Juliet Patz. Juliet Patson. Das war wirklich schrecklich. Dankeschön für deine Angst, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. Hey, Juliet. Wir gehen das mal. Is everything cool? Oh, ja, Max. Willst du dich erzählen, Ed? Das ist so stupid. Was hat sie gemacht? Was hat sie gemacht? Dana hat mit meinem Freund. Ouch. Wie hast du herausgefunden? Uh, warum wirst du mich interessiert? Das ist nicht nett. Das ist, warum ich spreche. Was ist mein letzter Name? Natürlich, Juliet Watson. Hallo. Juliet Watson. Duh. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Just because I don't talk a lot doesn't mean I don't care. So, how did you find out about them? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max. I swear I didn't do anything. But I bet Victoria did. I know the proof is in her room. Leave me alone, Max. Get a clue. Hm. I should find a way to end this silly standoff. No need to go there now. Blackwell isn't that big, but it feels like a labyrinth. Welcome to Blackhell. Victoria. Okay. Vielleicht sollte ich mal bei der Victoria reinschauen, hm? What do you mean? Dior? Givenchy? You could pay for my tuition with that wardrobe. That's real nice, Victoria. And who the hell thinks I'm a hipster? Boom. This is the email I need to show Juliette. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her posse. Hm. Ah, da ist der Drucker. Take. This better convince Juliette that Dana is innocent. Juliette, read this. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? But I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Okay. Also. Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Na? That looks like a home pregnancy test. Du wirst doch wohl. Oh, Max? That's mine. Thank you. You're not helpful. You're just nosy. I think you better go. Hm. Okay. Vielleicht waren wir ein klein wenig neugierig. Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy again. But I could rewind and make it up to her. So. Ich bin ja neugierig ne? Hier liegt noch ein Kliniktest rum. I assume Dana kept the appointment. Woman's health. Pregnancy. Ja, vielleicht ist sie wirklich schwanger. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic I guess. Must protect my precious so Max never has to chase it down again. He 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 he. Of course a popular cheerleader like Dana would have a million friends. So fascinating to get a peek into Dana's social media world. And yes, Max, so terribly wrong. Kann er das Flash drive anstecken? Echt jetzt? I better make sure everything is still in there. Yeah. I think Warren forgot to hide the party buster folder. Not that I would open it no matter how tempting. I have my self respect. Okay. Dann wollen wir mal. Danke, Dana. Und viel Spaß. Ja, 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 ja. Was ist denn hier? Ich bin auf dem Weg. Tut mir furchtbar leid. Langsam wird er ungeduldig. Aber hey, es hat auch etwas länger gedauert. Und das gebe ich ja zu. Also er steht... Oh. Au! Das tut. Verdammt. Ich hätte besser wieder zurück. Hm. Häää? Wie passiert das? Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Ich habe tatsächlich jemanden geholfen. Ja. Ich habe wieder jemanden geholfen. Also nicht, dass ich blind bin. Ich sehe alles hier bei Blackwell. Verstehst du, was ich sage? Nein. Und lass mich allein. Take a photo. Du kannst mich nicht. Ich weiß alles über diese Schule. Ich cover die Wasserfront. So du besser herausfinden, welchen Seite du bist. Bitte, bleib mich allein. Ich hoffe, du gefielst dir. Danke für nichts, Max. Hm. Hm. Ich sollte mich zwischen Kate und David überstehen. Der Scheiße war so über die Linie. Ich könnte es wieder aufrufen und etwas anderes probieren. Hm. Wir probieren das aus. Das ist ja echt praktisch. Man kann hier alles mögliche durchprobieren. Schon im ersten Durchlauf. Also den Teil kennen wir schon. Und diesmal gehen wir dazwischen. Hey. Why don't you leave her alone? Excuse us. This is official campus business. Excuse me. You shouldn't be yelling at students or bullying. Hey, hey. Nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Gut, der Security sitzt bestimmt sauer auf Max. Oh, Max. Das war großartig. Ich denke, du hast ihn für einmal. Ich muss gehen. Aber danke dir. Aber zumindest, die ist dankbar. Anytime, Kate. Hm. I felt... Entschuldigung, jetzt habe ich sie unterbrochen. Das wollte ich nicht. Ich bin ein jeden Tag Hero helping Kate. Aber jetzt ist Officer David Dickhead nach mir. Vielleicht sollte ich mich aufrufen und mein eigenes Business machen. Was? Nö. Wir lassen das so. Ich mag es, wenn sie auf meiner Seite ist. Ach, guck mal. Da kann man scheinbar auch noch ein Foto von machen. Das habe ich auch vergessen. Hm. Also ein paar Bilder kann ich noch machen. Ich komme gerade mal zurück. Er hat immerhin da was gemacht. Wo war das? Der hat den Ball geschmissen. Und da. Da kann man ein Foto davon kommen. Also man kann hier sehr, sehr viele Fotos machen. Und das Journal hilft so ein bisschen, wo man Fotos machen kann. Ich hätte auch hier noch ein Foto von meiner Wand machen können. Ein neues. Aber ich habe jetzt gerade keine Lust mehr zurück rein zu gehen. What the fuck? What the fluff? Ja. Aber mal gucken, was ich sonst noch so an netten Sachen finde. So. Jetzt gehen wir erstmal hier weiter. Und ja, ich denke wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, erreichen dann hoffentlich auch endlich Warren. Wir gehen hier Richtung Parking Slot. Ja. Ich gucke gerade mal, ob ich hier schön speichern kann. Ja, davon erwartet Warren auf mich. Mal abwarten. Ja. Hier kann ich aufhören. Also. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal wo ich gut Und ja ganz grant, wenn du ja das geschenkt wohl hast. Von dort Number Number Noor Chaizo kommen jetztwwww